Du willst schnell und unkompliziert Feedback von deiner Klasse einholen? Mit WooClap kein Problem. Erstelle Umfragen und lass dir die Ergebnisse in Echtzeit anzeigen. Öffne spontan ein Brainstorming zum Thema deiner Wahl und erhalte eine übersichtliche Live-Zusammenfassung. Oder du fragst Wissen ab und wählst aus unzähligen für die Schule geeigneten Formaten. Wenn du magst, auch als Turnier. Wer rechnet am schnellsten im Kopf? Oder wer findet alle Bundesländer? WooClap eignet sich für alle Schulstufen und für jedes Unterrichtsfach. Es funktioniert auf Smartphone, Tablet oder PC. Es ist für Lehrkräfte kostenlos und extrem umfangreich. In dieser Fortbildung lernst du das Tool kennen und erstellst angeleitet erste eigene Inhalte. Dann planen wir gemeinsam die nächsten Schritte, um deinen Unterricht interaktiver zu machen. Untertitelung des ZDF, 2020